Hallo meine kleinen Zauberfreunde da draußen Ich habe heute meine Zauberdecke hier Und wenn ich sie ganz weit nach oben werfe Kommt Quapsi, das Pappemonster und frisst mich vielleicht Aber trotzdem habe ich Bock Also let's go Eins, zwei, drei Was geht denn hier schon wieder ab, ey? Hallo meine kleinen Schnitzelfreunde da draußen Ich habe heute endlich mal wieder Crandall mitgebracht Oh mein Gott Also eigentlich meine Schwester Emmy, wie heißt du? Crandall Leute es gab mal so ein Format auf meinem Kanal, das hieß Fanpost auspacken Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten Die Fanpost auch Aber wir haben trotzdem noch einen Haufen Wir packen heute uralte Fanpost aus Wir sind richtig gespannt, wie viel Staub sich wohl in diesen Paketen gesammelt hat Zeig mir wie sehr du Bock hast, indem du so laut schreist wie du Bock hast Wow Oha Das hier wird anscheinend ein ganz besonderes Fanpost Video Ich habe Angst, hast du auch Angst? Nein Okay und deswegen würde ich sagen let's go in dem Video Wuhu Wir kommen zum ersten Paket Emily JJ wird jetzt auswählen Weißt du was? Ich glaube das ist richtig geil Das ist schwer, ne? Oha es kommt von Schlotti T. Jojo B. Emmi noch nicht aufmachen Oha die haben sich ja richtig Mühe gegeben Die sind ja richtig geil Also das hier sind zwei Buxen Und die kann man auch machen Ne auf meine ich Alter die Fresse Emilia Wir öffnen unser Package In 3, 2, 1 Ob er mir jetzt alles rausgefallen Also hier haben wir etwas ganz besonderes Boah das ist aber schon mega toller BH ne? Hey Joy wir sind zwei kleine Mini-Rotzen Wir kommen aus Düren Wir lieben dich und deine Videos Du bist so extrem lustig Und wir haben viele Türen Liebe Grüße deine Charlotte und Josina Josina? Also hier steht da wir können es verspeisen Na ja Mal sehen was im unteren Paket so drin ist Mach's auf Du hast mir fast vor ein Gesicht gehauen ey Das sind Schuhe Ich dachte das sind Llamas Boah halt die Fresse ey Hi Emmi Dieses ist allein für dich Weil du die beste und lustigste Schwester der Welt bist Wir lieben dich Nicht pervers denken Also Leute an dieser Stelle nochmal Vielen vielen Dank für dieses schöne Paket Und sorry dass wir es erst so spät auspacken Wir haben damals so viele Pakete bekommen An dieser Stelle sorry Leute wir kommen zu einem der schwersten Pakete ever Ich bin so gespannt was drin ist Es ist von Liane Oha Sie hängt vom Baum Es ist der Gegenstand Naja sie kommt auf jeden Fall von Süder Lügum Wir öffnen Lianes Super Special Package Wolltest du nicht das Fenster zu machen? Mit den Schuhen Zeig die mal Süder Lügum Wir machen auf in 43 Oh Emmi Ihr seid so bescheuert Oh ne Alles raus Oh man Schnell alles rein mit Augen zu Damit wir es noch nicht sehen Hast du die Augen zu? Ja Okay also ich glaube es ist so ein bisschen scheiße Was soll das? Es ist eigentlich nur das hier Ist schon wieder so verarscht damit es größer erscheint Und ich mich mehr darauf freue Also einmal haben wir hier natürlich Pedigree für Wummel Wollen wir direkt eine Wummelbox machen? Ja Ich dachte dann wollen wir es direkt Emilie geben Das ist am 13.05.2018 abgelaufen Vielleicht seid ihr schon gar nicht mehr unsere Fans Aber falls doch Dankeschön an dieser Stelle Oh eh wir haben hier eine Gummipuppe aber als Mann Angezogen Was das denn? Leute Gummipuppe und angezogen ist halt voll sinnlos Wollen wir den mal zum Platzen bringen? Da hätte ich irgendwie Bock drauf Hey ich sehe voll hübsch aus Hey guck mal so ist voll cool Ich sehe total steinisch aus oder? Wir sollten vielleicht auch nochmal den Brief lesen Guck mal der ist sogar schon richtig vergilbt Der sieht echt aus wie aus den 90ern Lieber Joey wir sind Jule Liane Und wir kommen aus Schleswig-Holstein Wir lieben deine Videos und gucken auch jedes von dir Ja logisch oder? Vielen vielen Dank an dieser Stelle We love you forever Sorry dass wir erst ungefähr drei Jahre später euer Paket ausgepackt haben Aber schaut an was für einen Beauty-Face ich jetzt hab Soll ich den mal anprobieren? Passt halt auch grad voll zu meiner Frisur Wie rum geht denn das? Du? Hä bist du bescheuert? Ja ich hab nicht so auf BHs an Ich dachte der geht hier vorne an die Brüste Aber siehste man lernt immer wieder dazu Oh! Oh! Aber Reibung ist stark Und jetzt haben wir Wie soll denn das jetzt gehen? Haaa Würde das jetzt hier auch noch ein Auge haben dann wäre das der Mund Aber ich kann da jetzt nicht so das Video rein Ich finde ich seh aus wie so ein neuseeländischer Freiheitskämpfer oder sowas Genau so sieht's wie so ein Freiheitskämpfer aus Warum ist das überhaupt ein Freiheitskämpfer? Ich mein so ein Urmensch von da Also nicht so ein Urmensch sondern ein Ureinwohner Okay du darfst wieder auspacken Emi Von Kim Regal Kim Regal Und aus Selm Oh Hab ich dir Okay komm wir packen aus Oh Emi ich fühl mich so unwohl Ja warte ich probiere mal mit einer Hand zu öffnen Ich weiß gar nicht wo ich hinfassen soll Boah Ich würde dich an als müsste ich gerade kacken Oh ich hab's Leute wir haben gerade das Paket von Wie heißt sie? Ich bin Kim19 und ein riesen Fan von dir und deinen Videos Oh Kim ich freue mich sehr du kleiner sweeter Bär Iiiiih Ich wurde sehr lange Zeit gemobbt und konnte durch deine Videos wieder lachen Also Kim we love you forever Es tut mir mega leid dass du gemobbt wurdest in der Schule Ich aber auch damals von daher I feel you forever So wir packen aus Merci Ich hasse Merci Das ist auch mega geil Es ist erst seit einem halben Jahr abgelaufen Lass es los öffnen Schnell ich muss weitermachen bis es auf ist und es ist voll anstrengend in mir Schnell Okay was nehm ich bloß Kind of country Schmeckt nicht mehr so geil Wow was ist das? Das ist glaube ich Linds Cookies and Cream I love it Geh weg da Iiiiih Jetzt isst du meine Schokolade Warum ist das deine Schokolade? Schmeckt Mh War es das schon? Oh Anne da habe ich mir aber ein bisschen mehr erwartet tatsächlich Kim Kim Sie wurde gemobbt alter Ja und das ist jetzt kein Freifahrschein dass ihr uns ein scheiß Paket schinken soll Schinken Nein war schon Spaß Anne das Paket war super We loved everything of it Und manches hat sogar noch echt geschmeckt Ich glaube wir haben ein ganz besonderes Paket hier noch liegen Emmi oder? Ich glaube es ist was unglaublich geiles drin Klatsche ein Wir öffnen unser Special Paket Emmi du nervige Wummel Oh mein Gott ist das etwa Das sieht aus wie Wummel Das hat nämlich genau dieselben Flecken wie Wummel Oh und hier steht Wingsy drauf Oh mein Gott Emmi handelt es sich hier gerade um ein exklusives Wummelkissen Wow Es ist so flauschig Es ist so weich Und das ist bald euch Oh mein Gott das hat sich gereimt Applaus Das hier ist einfach dieser Hund in Kuschelkissen Schrägstrich Kuscheltierform Also das sieht ein bisschen mehr aus wie ein Schwein Hab ich irgendwann auch erkannt Aber Wummel sieht von hinten auch aus wie ein Schwein Schaut Könnte auch im Ferkel sein Wummels Arsch Und da gibt es auch einen Arsch Es ist sozusagen Wummel Ja Wir haben uns gedacht nach all der langen Zeit Nach den vielen Jahren in denen ihr Wummel regelmäßig in meinen Videos gesehen habt Wird es endlich Zeit dass Wummel auch als Kuscheltier rauskommt Und deswegen haben wir ein eigenes Wummelkissen Design Ist es nicht schön geworden? Das ganze ist super flauschig Super groß Super weich Und auch super Geil Man sieht hier genau dieselben Flecken wie Wummel Man sieht genau dieselbe Zunge von Wummel Wir haben sie amputiert und hier reingenäht Und man sieht ein naturgetreues Poloch Hier unten seht ihr auch noch das Special Kennzeichen Denn hier unten steht Winksy So heißt sie nämlich als Spitzname Es ist super flexibel einsetzbar Und ab jetzt erhältlich Wuuu Das Mikrofon Ihr könnt dieses wunderschöne Winksy Kissen jetzt vorbestellen Unter diesem Link hier Das ganze wird noch vor Weihnachten ausgeliefert Und zwar Anfang Dezember Und es gibt auch noch eine unterschriebene limitierte Autogrammkarte Das ganze ist limitiert auf eine bestimmte Erstauflage Es gibt erstmal nicht sehr viele Das heißt wenn ihr eins haben wollt Dann seid schnell Werbung Ende Wuuu Boah ich hab ein bisschen Rotze geradeaus gephoolt iPhone 11 Pro inside Ja als ob Also dieses Paket kommt von Carlos und Peter We open the package in 3 2 1 Wow Wir haben hier richtig das geile Zeug drin Außer das hier Das mag ich gar nicht Hi Joe Hi Wir sind zwei kleine Mini-Freunde vom Dorf bei Freiburg in Preisgau Baden-Württemberg Dorfkinder Dorfkinder Für Emilie Oha ne das kriegt sie nicht Das kriegt sie nicht Oh man Du bist so schlauig Kannst du es doch holen wenn du es unbedingt willst Mit den Schuhen So ne dumme Boah Es wäre unangenehm wenn du jetzt hurzen würdest Emi dann wäre es ne richtige Duftwolke Pfff Oha ich hab viel Boah Kinder Buu in a white Boah das ist noch nicht abgelaufen Komm wir beißen zusammen in die Flöte des Glücks Emi Oh mein Gott Ey es sieht aus wie ne Flöte Das schmeckt so lecker Leute Boah die sind voll geil Boah wie geil ich will auch mal Boah Wuuu Ja okay Ja ist eigentlich voll der Scheiß Ja vielen vielen Dank an Carlos und Santos War super schön das Paket Wow Das ist ein tolles Paket Warte wir müssen einmal kurz Vollstreckungspause machen Okay ich bin wieder ready Es ist von Marlena Knief und sie kommt aus Deutschland tatsächlich Oh von 2018 Wir öffnen unser Mega Paket von Marlene Kneif in 3 2 Eif Hey Joey, Emi und wer noch bei euch ist Wir haben dieses Geschenk in der Hoffnung Schhhhh Emi bitte mach nochmal Emilia hat gestört Wir sind zwei richtig geile lustige und coole Mädels aus der Pampa Achja ruf uns mal an wenn du Bock hast Sorry grad kein Bock Na ja komm wir packen aus Es war auf jeden Fall ein super sweeter Text von den beiden Vielen Dank dafür Oh sorry Das ist eine ganz besondere Bürste Guck mal das tut richtig weh wenn es ans Ohr hält Ja schön Na ja aber vielen Dank dafür ich find's voll geil Wir wollten die Gummipuppe nochmal kaputt machen Wollen wir drauf latschen Wir treten in 3 2 1 3 2 1 Emii trau dich doch Das geht nicht Doch es geht siehste und schönes Aputsch Wow Oh geil hier ist so ein Handtuch was man ins Wasser legt und dann wird es ein Handtuch Cool wollen wir es mal ausprobieren Ja wollen wir es in Saft legen den haben wir grad schon hier Viel Nein Emii Oder Ja komm hol den Saft Oh Leute macht das bitte nicht nach wir sind einfach nur richtige Assi Kinder okay Oh Emii jetzt hab ich den ganze Scheiße auf meinem Knie Das wird kein Handtuch das wird jetzt ein Multivitamin Tuch Trink's mal Oh es klemmt immer so ein bisschen Oh Au Hier Emilia Oh Emii Also Marlena und Marike Emii möchte noch etwas zu euch sagen Ihr seid so tolle Girls Ihr seht wunderschön aus Euer Paket war einfach wow Okay nächstes Paket darf ich sauchusen Bitte lass mich sauchusen Saurusen Wir kommen zu Package Number 17 Das hier ist von Anna Obrecht Wir öffnen in 3 2 1 1 Oha guck mal für dich Oh du hast schon 1 Ja dann für mich Oh ich seh aus wie die Assi Prinzessin Mononoke Ihr zweimal Katzenmelz Das ist gut für euch Viele Vitamine sind da drin Oha 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 das ging fast in die Scheide Incredibubble Bubble Racket He he das ist viel zu klein Und jetzt wedeln Ja mega die Rotze Man kann halt auch einfach normale Seifenblasen benutzen Ist ein bisschen einfacher als so ein Brokkoli in so ein Ding zu stopfen Wollen wir mal nach unserem Handtuch gucken? Holt es mal Ja wir lassen es lieber noch ein bisschen Aber Leute es ist schon gut aufgegangen Das Ding ist es kann auch nicht weiter aufgehen in diesem Miniglas Magic Balloon Ah ja ich kenn das Mach das mal hier vorne dran So einen richtig guten Pfropfen Und jetzt pustet man da glaube ich rein Versuch war es wert Kurzschleim Ja Oh Emmi das ist wirklich Ihhh Oh ihhh Emmi das sieht so pervers aus Hier Ihhh Oh Joseph Wir hatten immer noch keinen Brief hier drin oder? Doch hier Oh sie hat so viel geschrieben Oh Emilia hör auf jetzt Oh ich glaub mein Schwein pfeift Pfff It was so fun Danke 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 Auch an Anke Wollen wir noch nach unserem Saft Handtuch schauen? Ich glaub das ist fertig Also Leute das ist unser Zaubersafttuch Oha es ist jetzt halt auch orange ne Das ist schon premium Zutsch mal dran Soll ich mal zutschen? Ich glaub da sind viele China Dämpfe drin Ein Handtuch hat noch nie so gut geschmeckt So wir nehmen jetzt ein riesen Packets ok? Oh yes Leute das ist das größte Paket Was wir heute zu bieten haben Es ist von Jule Sarah van Rissenbeck Wuuuuh Wuuuuh Vorsichtig auspacken Oh ich glaub sie hat uns ein mega geiles Bild gekriegt Annie Oh Wir können da nicht drüber machen Wir müssen es nochmal auspacken Joy Los wir müssen es nochmal auspacken Joy du kannst es nicht auspacken und so darüber Ich heule Das ist so böse Oh Jule van Poole Ich liebe dich dafür Du hast mich so zum Lachen gebracht Das ist viel mehr wert als es einfach nur schön aussehen zu lassen Das ist perfekt so Oh Oh ich hab schon lange nicht mehr so aus der Seele gelacht Wir brauchen erstmal den Brief Emmi Sonst fühl ich mich schlecht weil wir so viel gelacht haben Hey Joey wir sind vier Mini Würstchen aus Mainz Wir heißen Jule, Helena, Lana und Samuel der Nervige Der bin ich auch Du bist unser Lieblings YouTuber und wir hoffen dass dir unsere Paket gefällt Vielen vielen Dank an dieser Stelle Leute schickt uns kein Essen mehr Ja wir haben extra gesagt kein Essen Aber danke für abgelaufenes Duplo Ich mach mir mal kurz einen Zopf heute Ich seh voll stylisch jetzt aus wie so ein Surferboy oder? Ok Leute wir kommen zum nächsten Paket das wird richtig geil Nein Eloi Ich muss jetzt zum Klavier unterricht Nein Emi noch nicht Au Tschüss Wir kommen zu Paket number 14 Es ist von Sophie Vilzius aus Pirmasens Was sind das für komische Namen alter Wir haben einmal so ein Billow Fake Twigs Vielen vielen Dank dafür Wir haben ein Kosmetiktaschentuch Danke Wir haben Ofentortellini a la Panna Das ist ein richtig assi Paket schon wieder hier Was haben wir hier? Schuh Was ist los mit euch? Ja wir haben sogar zwei Ja vielen vielen Dank Ich freu mich am meisten über Ofentortellini a la Panna Mua Wollen wir das nehmen das ist echt schwer Es ist auch von Hanna Und von Julia Drei und los Ok was haben wir hier? Bitte auf Sächsisch vorlesen Hallo tschö und alle anderen dies mit ausbacken Keiner Bitte verändere technisch und hör nie auf mit Youtube Deine Hanna und Julia Gucken wir mal was hier Oh das sind die Gelen Das sind hier die Magic Gums Das knistert immer schön In der Fresse Wollen wir es mal probieren Und jetzt Dann sind viel die Auf die Seite Es kommt gar nicht mehr klar jetzt hier Boah es kommt aus den Hals rein und dass ich kaue Aber ich kann nicht mehr Aber hör sie mal Hält was es verspricht So was haben wir als nächstes für Emilia Na Dude ich pack's aber erst mal aus Da sehn's uns mal Warum hast du mich nicht so anschreien? Magic Poo Hier kannst du haben die Scheiße Das bräsch nicht Da haben wir hier so ein Papphut Hier am Osten haben wir eher Aluhüte auf die Da haben wir nicht so ein hessischen Papphut hier Was sollen die Scheiße Boah ich seh schon wieder aus wie hingekackt und hingeschissen Ein kleiner Snack für zwischendurch Da ist ein schönes Wurstbrot drinne Wie brenn Das ist gut für uns Oh ich will brennodach Ist abgelaufen für Vierteljahrtu Oh das kann schon laut Oh das riecht laut Oh hier auch Na ja hier Oh das Na echt das Oh jetzt hab ich da Haare in der Fresse Das war ein wunderschönes sechsisches Paket Ich hab mich sehr gefreut Vielen vielen Dank an Annika und Petra Okay Leute wir kommen zum letzten Paket Es wird ein geiles Deluxe Es ist von Romy, Lina und Siri Siri befindet sich auf meinem Handy Sag doch auch mal Hallo Siri Hallo du kleine hässliche Pottsau Lies nen Brief Das ist sechsisch vor Na gut wenn er wurschtlich will Mach ich nochmal die ganze Scheiße auf Englisch Lieber Siri Wir sind riesen Mega-Ultra-Fans von euch Wir hoffen das Paket gefällt euch Und weil du es ja immer kurz machst Servus aus Bayern Hier haben wir einmal Esspapier Ich hasse ja Esspapier Aber für euch probiere es jetzt nochmal Vielleicht ändert sich ja jetzt alles in meinem Leben Ne sind immer noch richtig scheiße Wir haben hier Tröten Okay wir tröten einmal Okay reicht Wir haben hier Marshmallow Gourmet Ich hab nur noch Marshmallow Dann haben wir Hasenzähne Hält ohne weitere Hilfsmittel Ja super Vielen vielen Dank dafür Und wir kommen zum Finale Leute Hier kommt endlich unsere Flutschwurst Die sieht genauso aus wie jeder andere auch Man kann mit ihr genauso viel Spaß haben wie mit jeder anderen auch Ich glaube langsam reicht es auch mal Ich bin völlig erledigt Ich glaube man sieht mir das auf jeden Fall an Spaß beiseite An dieser Stelle nochmal vielen vielen Dank an alle von euch die mir Fanpost geschickt haben Ich bin einfach immer wieder geflasht wie krass krank ihr drauf seid Was ihr mir hier alles schickt Wenn euch dieses Video gefallen hat dann gebt ihnen auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben Wir würden uns riesig darüber freuen und damit meine ich mich und dieser Fuß der jetzt in die Kamera kommt Ich werde jetzt schön mit meiner kleinen Winxie hier kuscheln Und wenn ihr Bock darauf habt wenn ihr auch eine kleine Winxie wollt dann guckt auf jeden Fall in dem Shop vorbei Ihr findet ihn jetzt hier nochmal eingeblendet und auch nochmal den Link dazu unten in der Beschreibung Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt Und dann würde ich auch schon wieder sagen sehen wir uns bald wieder Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen